Ich will ja nicht nur beim Skifahren die schnellste sein, sondern auch beim Anstehen. Das heisst, ich habe hier noch einen guten Tipp mit den Skikarten. Bei den meisten Jacken hat es am Ärmel einen Sack, der extra für die Skikarten ist. Am besten könnt ihr sie dort rein, wenn ihr das nicht habt, auf die linke Seite der Jacken. Und alle Gegenstände wie ein Nattel und so am besten auf die andere Seite, damit man die Skikarten am schnellsten entdeckt und ihr sehr zügig auf dem Lift seht. Drei mal hin!